Du weißt schon, dass du ein Fischkopf bist, oder? Du weißt schon, dass wenn du meditierst, dann kannst du meditieren und dann kriegst du Kraft. Und du, Kollege? Du siehst so aus, als ob du frisch das Spiel gestartet hättest. Äh, ja, was... Was ist das Wort? Du bist neu, oder? Was ist das Wort? Komplett neu, der Junge! Ich muss mal sagen, let's go, Jungs. Ihr seid der Aufgabe eh nicht gewachsen. Wir sind alle der Aufgabe nicht gewachsen. Die Frage ist, wo müssen wir landen? Wo ist das? Wo ist was? Nyaaaaaaah! Zwingaaaaaaaah! Badabiii! Badabaaah! Shhh! Okay. Isolete es so lange! Nein, der Fischkopf! Du nimmst mich Spitzkopf! Wir haben bis jetzt nicht einmal die Map getestet. Wir sind gespannt, was wir gleich machen müssen. Warte, wir müssen es schon starten, das mal. Ja, wir müssen es schon starten, let's go. Okay, direkt, direkt einfach reinrennen. Einfach reinrennen, Leute. Ich häng' auch fest! Ich häng'! Ich hebb' ab! Nice, der Schad! Komm mit Jungs, komm mit Jungs! Trust me! Let's go Jungs! Let's go! Professional Haircare für euch! Okay. Fischkopf, mach den Schad. Warum ist es so laut? Jetzt bin ich dann... No! Und hopp! Easy go! Easy go! Das ist sauernd! Oh, f***! Oh, take, take, take it on! Okay. Sehr mal klar, dass die Noobs, die das Spiel am kürzesten spielen, sterben. Guck mal den an, Alter! Fuh, Teufel! Fuh, Teufel! Fuh, Teufel! Zurück hier! Wir werden sehen, Alter! Nein! Bruder, wir warten auf dich! Alles wird gut! Nein! Ach, du Heiliger! Mach schon mal ohne mich weiter! Ach, du Heiliger! Nee, nee, wir warten auf dich! Wir warten! Lass auf ihn warten! Ich hab' nur meine Position hier eingenommen! Okay! Siehst du nicht, dass ich meditiere, damit ich besser den Defrand schaffe... Aber Bruder, warum meditierst du so lange? Das schaff' ich! Ja, Mann! Ja, Mann! And his name is John Cena! Did it, did! Away, away, away! Let's go! Oh mein Gott! Bro! Warte, warte! Oh nein! Weiter geht's! Jungs, Jungs! Was?! Da muss man nochmal springen, oder was?! Wo bin ich denn hier gelandet?! Geil, Leute! Wir machen keine halben Sachen hier! Wir machen keine halben Sachen! Wir werden direkt einfach durchrushen! Denn die halben Sachen sind... Oh! Lol! Bei mir bist du ja richtig durchgepackt! Ich bin ja richtig durchgepackt, ne? Wie Baksana! 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 Hello from the other side! Siehst du mein Winken, wenigstens? Aber hast du's nicht gesehen? Ich hab nichts gesehen! Aljo, hast du wenigstens mein Winken gesehen? Winke, winke! Hey, Bro! Das Ding ist! Ich hab den Hasen drauf! Lauf! Easy! Game! Easy! Easy! It's easy! Easy! Lol! Nooo! Hahahaha! Hahahaha! Ich schaff das jetzt! Ich schaff das, Jungs! Hahahaha! Hahahaha! Und er schafft ihn! Lauf dir nicht an mich! Perfekt! Perfekt! Der Jump nach links! Oh! Oh! Cool! Glaubt ihr nicht an mich? Er packt es! Er packt es! Du musst doch mal hoch springen! Nein, noch nicht! Sorry! Ey, ich hab gebackt! Habt ihr das gesehen? Das war nicht meine Schuld! Das war nicht meine Schuld! Das war nicht meine Schuld! Du musst ganz dahin! Jawoll! Ja! Ja! Hahaha! Let's go! Let's go! Hey! Ihr freut euch viel zu früh! Ich hab jetzt auch Spaß! Mal zwei Versuche probiert! Ich krieg das Level schon nicht mehr! Nice! Oh mein Gott! Jo! Was ist das für eine Map? Wir müssen ein bisschen timen, Jungs! Okay, wir timen! Wie so ne Dusche! Man wartet bis Wasser kommt! Echt so? Oh mein Gott! Du hast es fast geschafft! Ich schaff das Leute! Ich schaff das! Ich glaub an das Herzdeckekart! Lentner! Okay! Zack! Und doch! Oh mein Gott Jungs! Ich hab's fast geschafft! Ey! Warte! Komm, 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 komm! Jungs! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Nice! Irgendwann später! Äh... Backpoint! Out! Oh Gott! Da müssen wir noch ein bisschen abspringen! Ich hab' ne Idee! Sü, ich rette dich! Wie? Mit den Granaten! Ja! Nice! Alter! Warte! Ich probier's! Ich will's ja gar nicht drauf! Ich bin da gekommen, Alter! Wenn das klappt, Leute! Ich versuch's einfach! Rutscht dich! Nein! Das hat du was geschafft! Leute! Wenn das klappt, dann küss ich die Augen von diesem Fisch! So richtig! Wir haben's geschafft! NOOOOO! Ja! Nene Hackte, die tüsten mich nicht! Oder... Warte, warte, warte! Ich hab hierin dir! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben's geschafft! Baczana! Baczana! Let's go! Booty, Booty, let's go! Wir schaffen das! Warum? Komm! Die da unten so spät! Geh durch! Ja, warum kommt das aber so spät? So stabil! Durch zwei Etappen durchgekirrt! Oh mein Gott, Leute! Guckt euch diesen Fisch an! Dieser Fisch ist anders als die anderen Fische! Noch ein paar! Gib mal her, Booty! Wie lange dauert es, bis sie spawnen? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht! 30 Sekunden! Achtung, nicht zu zweck links! Jungs, bin ich ganz alleine! Und ich weine! Warum weinst du, mein Junge? Weil ich die ganze Leine bin! Hast du gerettet, Alter? Ja, mein Arsch gerettet, Bro! Wieso will ich dich doch bekommen, Alter? Egal, dass wir... Und jetzt hab ich hier ein kluges Küpfchen! Da rein oder was? Und dann war's das? Nein! Dann geht's noch weiter! Dann musst du dich nochmal impulsen! Uiuiuiui! Ich frag mich, wie ich diesen Move packen soll, in dieses Loch rein! Ich find das gar nicht schwer! Du musst rennen und dann werfen und dann... Also... Wirfst... So... In diesem kurzen Moment, wo du wirfst, springst du hoch... Aber am Rand, ne? Ja! Ja! Ganz auch so! Hallo! Nein! Er schmeiß dich runter! Was hast du da gemacht? Was hab ich dir getan? Ich hab dich nicht mal gezeigt! Oleg! Oleg! Was ist mit Oleg Lust? Warte, warte! Ich bin auch da! Wie machen wir das jetzt? Einer wirft und der andere... Warte, ich wärme! Und dann Jumpspiel kommt! Mein ich ja! Nice! Hahaha! Victor! Ich weiß nicht, wie ich in dieses Loch komme, Jungs! Ähm... Und dann hab ich... Wie komm ich da rein? No! No! I'm a virgin! Ich kenn den Blick! Das ist super tief! Am Anfang Victor noch... Bei der ersten Stage, er wollte schon lange... Und jetzt ist er einfach längst über alle Berge! Wie komm ich in das Loch, Jungs? Jungs! Ich hab's geschafft! Was muss ich jetzt machen? Ich bin im Loch! Sliden! Und dann Impulskalante vorwerfen und dann diesen Berg hochkommen! Ich hab nur noch einen! Reicht das? Mal gucken, ob ich das beim ersten Mal schaffen werde! Alter! Nein! Wie wollte mir helfen? Dann kann man nicht mehr helfen! Haha! 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 Komm her! Ich werf auch Impulskalante! Die hol dich bestimmt! Wie schön! Warum mal wirklich so... Ich hab zwei Impulskalante! Joad, Joad! Mach keinen Schalt! Mach keinen Schalt! Mach keinen Schalt! Nein! Nein! Habt ihr ins Loch rein zu jumpen? ASD gedrückt? Ja! 290 jalan! Mh! Schwyck! Schwyck! JHAHХ! Bruder, gib mal meinen Fußgeln ab! Gib mir auch fast! Ich hab auch keinen mehr! Wir brauchen die um da durchzukommen! Nein! Wie wie viele wollt ihr? Eine! Eigentlich vielmals! Ich habe insgesamt 11.15. Gib mir eine. Ich muss eigentlich von Bouncepad zu Bouncepad, aber wir cheaten. Schaffen wir das mit Cheaten? Ja. Echt? Wie landest du das? Die Fall nicht erwischt. Ja, in der Mitte oder so. Stage Level 6. Wir sind angekommen und wollen mit den Bouncepads Richtung Sieg. Schaffen wir das? Ich glaube nicht. Digga, Bro, wir schummeln. Wir schummeln mal komplett, Alter. Wir schummeln jetzt. Ja, wie denn? Ich weiß ja nicht mal, wie man ohne Schummeln das machen kann. Spring aufs Mittlere und dann lande genau in der Mitte. Da aktivieren sich die Fallen nicht. Leute, wir sind Cheater. Macht das nicht zu Hause nach. Wir sind Profis. Wir wissen, dass uns nichts passieren kann bei sowas. Ja, und jetzt komm her. Aber die Web wurde voll nice gemacht, weil mir gefällt es voll. Und jetzt? Ins grüne Loch oder was? Jetzt hast du den Pulskanaden, oder? Ja. Warte nicht, dass wir uns gegenseitig wegballern. Jetzt musst du mit deinem Pulskanaden einfach ins Loch treppen. Ja, warum machst du nicht? Verdammt. Nein, Ehre, Bruder. Ich werde dich regieren. Jungs, wir haben nur noch drei Impulsgranaten. Nein, ich habe noch acht. Alles gut, ich habe noch acht. Wenn wir da durchschaffen, haben wir es geschafft, oder was? You, Bro? Hast du es geschafft? Guck mal. Nein. Wie hast du das geschafft? Warte auf. Pass auf. Nein, nein. Nein. Da ist noch eine Trip, da ist noch, ich wollte gerade sagen, da ist noch eine Trip, Mann. Nein. Nein. Ich fickle deinen Kopf. Ich fickle deinen Kopf, Victor. Wenn man den Dreh heraus hat, hat man den Dreh heraus. Wenn man den Dreh heraus hat, hat man den Dreh heraus. Ich habe mir Sushi gekauft. Ich habe bestellt. Ich habe es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft. Wo ist die Falle? Da ist die Falle. Zwei Stück, zwei Stück. Oh mein Gott. Hä, wo ist die andere? Guck mal. Guck mich mal an. Wolltest du, hinter mir? Ne, löst mal die Falle aus. Was war Angst, oder was? Ja. Das war perfekt. Ich war fast. Ich habe hier gerade noch nicht so schön. Oh Jungs, Alter. Wir sind endlich in Stage 7 angekommen. Wird es gefährlich? Ich glaube nicht. Das Ding ist, wenn ich das zu früh mache, klatsche ich sofort gegen die Falle. Also da drunter. Mann, ich habe die Tür wieder verfehlt. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, was du meinst. Hast du es gesehen? Ja. Leute, wir haben gerade einen neuen Trick herausgefunden. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen diesen Trick gar nicht. Ihr müsst einfach gegen das Jump Battle rennen und während ihr kurz davor seid, leertest du drücken. Dann kriegt ihr so einen super Boost. Vorfühleffekt. Okay, hat geklappt. Ah, schade. Aber ihr habt gesehen, ich habe einen Boost bekommen. Und diesen Boost muss ich jetzt nutzen. Meiner ist einfach zu fett mit seinem Drachen. Der Drache und er selber, die wiegen zu viel. Gut, Animo. Normal passt der Drache da nicht durch. Nein. Ich habe es fast geschafft. Ich habe kein Run gemacht. Alter, wenn das jetzt kein Run wird, weiß ich auch nicht. Jungs, ich habe es geschafft. Gegen Greifen, gegen Greifen. Nein, hast du gesehen? Ich habe doch gemacht. Last try. Wird das schaffen oder wird das wieder? Nein. Erst, ein, wieder rein. Damit sage ich Tschüss, meine Freunde. Damit auch wieder sehen, meine Lieben, Freunde, liken, abonnieren, nicht vergessen. Leute, wir haben einfach keinen Bock mehr. Mega geiler Death Run, richtig geil gemacht. Aber das geht so fett auf die Nerven. Und es wird einfach Zeit. Nach zwei Stunden hören wir jetzt einfach auf. Wir kamen nur bis Stage 8. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie weit ihr gekommen seid. Ich schicke euch den Code oder ich packe den Code unten in die Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da fällt sich Daumen nach unten. Checkt die Jungs ab. Unten sind die verlinkt. Haut rein. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.